Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Ark Survival Evolved. Heute ist der Tag des T-Rex. Wir werden tatsächlich versuchen so ein Monster anzugreifen. Warum? Weil der Helm bescheuert ist. Das ist der größte Wahnsinn. Wir werden es versuchen. Aber nur einen. Da laufen drei rum wie ihr sehen könnt. Drei halte ich für sehr fatal. Ich bin etwas viele. Wir könnten noch ein bisschen näher ranfahren. Hier ist es zu tief. Da muss der auf jeden Fall schwimmen. Mal gucken. So groß ist der auch nicht. Noch zehn Meter nach vorne fahre. Männer. Okay, wir fahren noch ein paar Meter. Anhalten, anhalten, anhalten. Gucken. Ist hier noch tief genug? Ja, ist es. Ja. Die letzte Aufnahme noch während der Husterei. Aber wir werden es riskieren. Los geht's. Kommt er schon. Okay, ne? Das ist der Angstschiss. Der kriegt mich. Der wird mich kaputt beißen. Kommt er schon. Kommt er schon? Noch nicht. Mich einen verblästern. Komm, 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 komm raus. Jetzt kommt er. Weg. Mutti. Nein. Schwimmen. Aua. Schwimm, schwimm. Aua. Der guckt schon. Auf meine Männer. Oh, er ist da. Oh, dabei ist mein Haus kaputt. Attacke. Wo ist die Sau? Gebt ihm. Schildi ist von Bord gesprungen. Du irre Schildi. Oh, das sind mehrere. Die sind alle hier. Oh nein. Feuer. Mistvieh. Ins Auge. Ah. Oh, hab ich das getan? Schildi. Auf. Äh. Noch ein. Blutete schon einer. Gib mir die Pfeile wieder. Halt den Kopf hoch. Halt den Kopf hoch. Ah. Ja. Die Schildi. Beißt dir den Arsch. Und die können nicht dran. Welche Pieken. Ne, kann ich nicht. Feuer. Feuer. Ins Auge. Immer wieder ins Auge. Die kommen nicht dran. Boah. Einzelle Partie. Das sieht gut aus. Ich schaffe es. Schildi. Muss durchhalten. Noch ein. Komm her, du Hund. Gib ihm. Ratte. Lass das sein. Und was weißt du denn? Auch. Fünf Pfeile noch. Einer muss sterben. Welcher nur. Ja. Der Weiße. Der Braune. Der Braune muss sterben. Schildi. Tu es. Du. Shit. Der ist weg. Der Rex ist tot. Schildi hat ihn erledigt. Schildi, mach ihn alle. Wo sind die anderen? Ich habe ihn gekillt. Die Sau. Was ist das hier für ein Tier? Ist auch ein T-Rex? Yo. Wer kommt mit? Nicht ersaufen. Das müssen wir hier jetzt angucken. Inventar. Da ist überhaupt nichts drin. Auftauchen. So. Ich kann auf dem Stehen. Jetzt wird aber Zeit. Wo sind meine Männer? Oh. Herzinfarkt. Herzinfarkt. Wird absolut Herzinfarkt. Genario. Kommt alle mit? Können die schwimmen? So lange? Komm mit, Anna Bobana. Schildi auf. Kommt die hoch. Jawohl. Komm. Komm, 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 komm. Kommt hoch. Mehr. Näher, näher. Hüpf runter. Noch ein Stück vor. Stehbleiben. Du kommst mit. Komm, Schildi. Haben alle überlebt. Ich werde bekloppt. Jetzt muss ich mal gucken, wie die Hütte abgeschnitten hat. Die haben ja da reingebissen wie die Blöden. Hast du super gemacht. Schildi, du bist die Beste. Halleluja. Warum sind denn da direkt zwei angerückt? Komm, komm. Machst du jetzt, Schildi. Schildi, du bist die Killer Machine. Uh. Hier kriegst du noch ein bisschen mehr Health. Mit deinem bisschen Damage kann man nichts machen. Health, health, muss man helfen. Tatsächlich und du ja. Hat nicht viel abbekommen. Selbst der Spooky hat überlebt. Hier hat er gekloppt. Der kriegt noch Damage. Spooky. So, und jetzt ich kloppe da hin, bevor das Ding vergammelt. Da ist er. Da weiß er, Rex. Lächerlich. Jede König. Heute ein Ärmchen. Sind nur Trophäen. App oben drauf. Da können wir auch. Heid und Heid raus. Möglichst hier. Sehr geil. Oh, das war herzempfax. Und jetzt gucken wir nach. Ne, den Wiesenfisch lasse ich. Jetzt gucken wir nach, was was hier kaputt gemacht wurde. Ich habe einen Bromid dabei gehabt hier. Natürlich aus dem Wiesenfisch. Guck, das weiß ich schon gar nicht mehr. So lange ist es her, dass so ein Vieh hier kalt gemacht hat. Oh, was ist denn hier? Lagerfeuer ist kaputt. Okay. Der Schrank hat überlebt. Noch ein Schrank ist kaputt. Oh. Oh, übel. Kriege ich das Zeug jetzt weg. Was ist sonst noch kaputt gegangen? Sonst nix. Was ist mit meinem Bett? Stellt euch vor, das Bett ist drauf. Ne. Alles ganz. Ein Wunder. Schloß, minimale Reparatur. Repariert. Reparieren, 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 repair. Hier. Nein, nein, hier wird nichts dekontrumieren. Ich kann mich nicht bewegen, aber noch im Schrank kann ich bauen. Okay, das ist also nicht die Ware. Das ist ein neues Lagerfeuer brauchen wir. Vor allen Dingen noch im Schrank. Latschboxe fehlt mir immer. Fetsch? Öh. Natürlich blöd. Haben wir hier Fetsch? Nö. Kann man nicht. Muss aber trotzdem gewichtlos werden. Hier Fetsch drinne. Hier ist Fetsch drinne. Was nicht? Möchte Kohlen loswerden. Auf und Weise, Fleisch. Feuer brauchen wir. Lagerfeuerstelle. Oh, ich muss jetzt überall reparieren. Das seht ihr. Oh, das hat doch übelst einen abgekriegt, der Floß. Gut, dass die mal überall reingewissen haben. Uh, die Fortschritte sind abgekriegt. Steine. Hier, dieses Wartding hat mir überhaupt nichts abgekriegt. Die Kackabox auch nicht. Hm. Vielleicht sollte ich mal von unten gucken. Ach. Das Floß habe ich noch gar nicht mehr geguckt. Bloß. Kann man das nicht reparieren? Bloß. E. Geht nicht. Kann man nicht reparieren? Das ist natürlich gefährlich. Ach, Entschuldigung. Das nervt mich wirklich auch. Können wir glauben. Ich bin froh, wenn das vorbei ist. Ähm. Ja, das ist natürlich blöd. Also, Fakt ist, wir müssen das Ding aus Stein bauen hier oben drauf. Das müssen wir ersetzen. Aber hier ist sonst nix. Und hier. Na, das ist sowieso alles nix, ehrlich gesagt. Wir brauchen Steine. Die muss ich an Land gehen. Da ist noch ein T-Rex, da werde ich nicht an Land gehen. Also hier, das ist alles viel zu gefährlich. Ich will sie ja schwachsinn. Da war ja mal ganz lustig. Aber hat Pfeil gekostet. Wieso habe ich nur noch einen Pfeil? Hab nix mehr. Wir müssen, wir müssen weg. Wir müssen weg. Weg hier. Kano Island ist nix. Ist dreck. Segel setzen. Muss wohin? Wo man auch an Land gehen kann. Wo man auch an Land gehen kann. Hier, der müsste an und für sich ziemlich dringend über sein. Da waren zwei Stegos und zwei Ankylosaurier. Also, die vier zusammen, wir müssten an und für sich auch einen Rex erledigen. Wenn, wenn die denn einigen meisten Level hoch sind und der Rex nicht unbedingt Level 120 ist, müssten sie den erledigen. Und das heißt, da wäre relativ safe. Wir dürfen die nur nicht auszusehen schlachten. Da oben könnte man auch was bauen. Nee, nee. Nee, 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 nee. Warte jetzt erstmal rüber. Brauchen neue Steine für neues Lagerfeuerholz. Klar. Und zwar Hunger, Marokki Zucki. Ach so. Und genau. In der Nacht. In der Nacht frieren wir. Frieren wir immer. Wir müssen zusehen, dass wir hier Fenster machen. An die Kutsche. Damit wir die Hütte mehr dicht machen können. Damit mehr. Mehr, mehr, mehr. Wärme drin bleibt. Nur ja, an und für sich haben wir jetzt einen zweiten Ofen. Von daher geht's. So, was ist denn hier? An Land. Keine sind da schon mal nicht. Das sieht nicht gut aus. Äh? Nee. Wohl, wir müssen einfach noch näher ranfahren. Glaube ich. Hallo. Hi. Ja, hi. Kann ich überhaupt nicht ans Leder. Womit? Bitte, bitte, bitte. Da ist er. Guck, guck. Da kommt er. Na? Weißt du auch ins Boot rein? Wer? Trau dich. Pack dir eine. Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele. Aha. Ah, ich hab auf dem Hai gesessen. Nein, Männer, anhalten. Nicht, Schildi. Lass es. Lass den Hai sein. Schildi hat es so gewollt. Ich muss Schildi retten. Schildi ist voll die Agro-Queen. Schildi ist voll die Agro-Queen. Schildi hat es so gewollt. Hau, au. Ich stink mir ein Hai. Gefriere. Ich saufe. Schildi. Der ist tot. Ich weiß nicht. Schildi ist der Killer von dem Herrn. Nix ist da dabei. Aufstellen. Aufhut hacken. Wow. Da ist ja da ohne Ende. Wo ist Schildi? Die da, die machen irgendwie nix. Aber Schildi, die macht den ganzen. Schildi. Komm. Wahnsinnige. Na komm. Auftauchen. Naja, du bist richtig. Aber nicht schubsen, Schildi. Komm. Oh, guck mal. Schildi ist schwer am Bluten. Du bist ja auch irre. Hat niemand gesagt, du sollst mit dem Hai anlegen. Ja, hast du gut gemacht. Bravisch, Schildi. Toll gemacht. Ja. Supi. Du bist mein Held. Wie lachst du denn noch? Uiuiuiui. Hat ganz gut gelebt, Schildi. Ja. Jetzt hatte man Heidboots kaputt gewissen. Wohl ist im Eimer nur ein Pfeil. Ja, Leute. Wir müssen unbedingt aufrüsten. Ja. Aber genug. Das war ja nochmal Herzinfarkt-Finale. Oh, schnell die Dinger braten. Äh. Ja. Okay. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Hoffentlich wieder etwas gesünder. In diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal habe ich die Erde. Tschüss. Schindi-Wahnsinns-Aktion. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.